Mein Name ist Barry Elm und ich bin nicht der schnellste Mensch der Welt. Dieser Titel gehört demjenigen, der meine Mutter ermordet hat. Aber nicht mehr lang. Das war ganz schön knapp. Er wollte, dass ich schwer mache. Ja, schon klar, aber du musst ihn ja nicht gleich umbringen. Richtig, vergessen Sie nicht, dass das hier nur ein Training ist, um an Barrys Geschwindigkeit zu arbeiten. Sisko, fängst du jetzt endlich mal an zu ballern? Ballern sie. Wieso macht der Ländig weg? Barry, du musst ausweichen. Wir sehen uns in der nächsten Hence, das schon gut. letzten House break. ог Wir sehen uns in der nächsten H priest. Aujourds Cheese hijs nicht. Wir sehen uns in der nächsten 말te. Wir sehen uns in der nächstenae forgot. Wir sehen uns in der nächsten